Bitte leg dich dazu entspannt hin. Wichtig ist, dass du eine angenehme Körperhaltung hast. Nicht verkrampft, nicht zusammengezogen, sondern entspannt, gerade, offen. Leg dich am besten flach auf den Rücken, den Blick zur Decke. Schließ die Augen und mach dich zunächst mit deiner Unterlage vertraut. Spür einmal in dich hinein. Liegst du bequem? Dann atme jetzt einmal tief durch. Atme tief ein und halt kurz deinen Atem an. Atme jetzt ganz langsam aus. Was möchtest du in einem Jahr als persönlichen Erfolg feiern? Wenn du deine Selbstständigkeit erfolgreich meisterst, was hätte das für Auswirkungen auf deinen Freundeskreis, auf dein Berufsleben, auf deinen Lifestyle? Worauf freust du dich am meisten, wenn sich deine Situation nun endgültig verändert? Wofür bekommst du Komplimente? Was bewundern andere an dir? Was war in deinem Leben bisher dein größter Erfolg? Wie kam es dazu? Wenn dein Leben ein Kinofilm wäre, was für eine Art Film wäre das? Ich glaube, jemanden. Bloß taiwertal. 25 25 Untertitelung des ZDF, 2020